Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Projekt von mir. Ich bin der Dani und wir spielen Jurassic World Evolution. Ich sage, wir drücken auf ein neues Spiel in 3, 2, 1. Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Dr. Ian Malcolm. Oh. Ups. Oh mein Gott. Logischerweise muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Das mache ich wie? Setze ich mich da jetzt rauf und... Oh. Oh, du bist so unfähig. Gut. Wenn ich das ausbrüten möchte, setze ich mich da jetzt... Hier noch modifizieren. Oh, no. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was das ist. So, ausbrüten. Muss ich mich da jetzt auch raufsetzen? Ach, einfach freilassen. Oh, der sieht cool aus. Der sieht weniger cool aus. Gott, ist der hässlich. Erinnert mich extrem an Shadow. Oh mein Gott. Ist das ein fetter... Ein fetter Arsch. What the fuck? Okay. Wie? Ich kann das einfach mitten ins Gehege setzen. Von außen hin nicht. So einfach random ins Gehege. Wo muss er eigentlich hin? Kommen die da jemals wieder raus? Was? Ähm. Wie? Oh. Ups. Das war so nicht geplant. Gegen eine Menge an Strom für die Insel muss es umschluss sein. Warte, das wird Umspannwerk gefunden sein. Wir reißen nochmal alles komplett ab. Ja, ok. Nein! Und ich kann auch keine Säule bauen. Ich weiß. So, wir machen das Ganze nochmal. Ja. Ja. Ja, halt die Fresse. Ja. Ja. Ähm. Was auch immer. Jetzt haben wir zwei von denen. Wofür ist dieser Weg wichtig? Oh. Sehr schön wichtig. Okay. Das war die erste Folge von Jurassic World Evolution. Ja. Sie ist ein bisschen einfältig und ich weiß, dass kommen letzte Teile Videos, aber ich habe zwei Strikes bekommen. Wie dem auch sei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao. Bis dann. Bis dann. Mach drauf. Da Scheiß lach. Okey noch. Säule ist. Und jetzt look. Montgomery Boat zu Tag rein. Rudy. Glory importantly.